Hallo, Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Adventszeit und Weihnachtszeit und für diese Zeit speziell habe ich mir ein paar besondere Leckerbissen aufbewahrt und habe nun die große Freude, sie Ihnen zu präsentieren in der Hoffnung, dass Sie in der Vorweihnachtszeit auch etwas weniger gehetzt sind und etwas mehr Zeit haben für die wirklich schönen Dinge im Leben. Für die Sportschützen unter uns, das heißt die, die Jagdparcours, Skit oder Trab gerne schießen, habe ich die ultimative Sportflinte im Angebot. Meiner Meinung nach die beste Sportflinte, die die Welt heute zu bieten hat. Es ist ein Modell SO5 aus dem Hause Beretta, legendär, berühmt, berüchtigt für diese fantastischen Seitenschlosser und natürlich für die daraus resultierende hervorragende Abzugskarakteristik, die unerreicht ist für alle anderen mir bekannten Sportflinten. Dieses Modell Sporting zeichnet sich aus durch 76 cm lange Läufe und das Besondere daran ist, es ist eine neue Flinte, allerdings Old Stock, das heißt ich habe sie in Italien in einer Sammlung gefunden. Sie ist absolut ungeschossen, gefertigt im Jahre 2008 und sie hat ein paar Besonderheiten. So zum Beispiel auch die Gravur ist etwas aufwendiger als die der Standard SO5 und wenn man sich das Holz anschaut, so haben wir ein wunderschönes dunkles Schaftholz mit starker Kontrastierung und einer Schaftlänge von 38 cm. Was kann ich zur Flinte noch sagen? Es handelt sich natürlich um die Optima Geburtenläufe mit Wechselchokes, auch da natürlich die Optima Chokes. Es ist dabei fünf Chokeinsätze, die man dann unterschiedlich der Anforderungen einführen kann. Genauso gehört der Original Beretta Lederkoffer dazu mit Accessoires und Werkzeugen. Und jetzt kommt die Besonderheit, die SO5 zeichnet sich natürlich aus im Sporting-Bereich, dadurch, dass sie den umschaltbaren Sicherungshebel hat. Umschaltbar insofern, als dass man den Lauf wählen kann, ob man oben oder unten zuerst schießen möchte. Wie alle, SO5 durchbrochener Verschlusshebel, goldene Krone, natürlich Querriegel als Verriegelungseinheit, Boss Flankenverschluss, den Rolled Etched Trigger Guard, das heißt also den Abzugsbügel mit diesen kleinen Wülsten. Und das ist das, was bei Beretta über 2800 Euro extra kostet, die von Hand herausnehmbaren Schlosse mit diesen beiden kleinen wunderbaren Flügelschrauben. Das ganze Gewehr ist in einem erstklassigen Zustand, wiegt mit 76 cm Lauflänge 3,8 Kilo. Damit ist sie unter den Sportflinten nicht die leichteste, aber auch sicherlich nicht die schwerste. Was die Balance angeht, das hat man vorhin gesehen, wenn sie auf dem Balancer platziert wird, ist sie absolut im Wasser, kurz nach der Welle. Und so soll es eigentlich auch sein. Viel besser kann man das nicht machen. Und diese Flinte ist, wie gesagt, neuwertig. Der Preis eines solchen Stückes, wenn man nach dem Katalog geht, liegt heute ungefähr mit diesen verbauten Extras, wie den Optima Chokes, wie den von Hand herausnehmbaren Seitenschlossen, bei ungefähr 36.000 Euro. Das wäre schön, wenn ich es dafür bekomme, aber davon gehe ich nicht aus. Mit etwas mehr als 20.000 Euro rechne ich allerdings schon. Und Sie haben die Möglichkeit, für einen absoluten Sensationspreis eine neuwertige SO5 in absoluter Spitzenqualität zu erwerben. Ich würde mich freuen, wenn Sie von diesem Angebot Gebrauch machen und bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist durchaus etwas, was man sich zu Weihnachten gönnen darf und eigentlich auch muss, wenn man sportlich engagiert sein möchte und die Nase voll hat von Standard-Kartaunen, denn die wechselt man häufig. Das ist ein Gewehr fürs Leben und hat meine vollste Unterstützung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ihr Weihnachtsmann Ralf Paschen